Freut mich sehr, ich freue mich auch sehr auf unseren Speaker. Ja, ich will euch nicht lange aufhalten, so Blackouts sind schon eine unangenehme Sache, hat jeder vielleicht schon mal erlebt, naja, möchte man nicht haben. Wie man sowas erzeugen kann und vor allem auch, wie man so etwas verhindern kann, das verrät euch jetzt unser nächster Speaker. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Dahlheimer. Ja, Tag 4, ihr plant bestimmt schon eure Heimreise, insofern vielen Dank, dass so viele von euch gekommen sind. Zeigt vielleicht auch, dass das ein Thema ist, was eine gewisse Signifikanz hat. Normalerweise, wenn man einen Talk über Blackout beginnt, fängt man an mit einem Buch von Mark Elsberg namens Blackout. Ich mag dieses Buch viel lieber, das ist quasi die Grundlage von dem Roman. Das ist eine Studie vom Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Und diese Leute haben sich einfach mal auf einer wissenschaftlichen Ebene damit beschäftigt und überlegt, was sind eigentlich Mechanismen, wenn so ein Blackout passiert, also ein langanhaltender, großräumiger Stromausfall. Kurz Resümee, nach etwa fünf Tagen hätten wir in Deutschland vermutlich bürgerkriegsähnliche Zustände. Insofern ist das Risiko, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das Wuhu ist, aber das Risiko ist, ja, vielleicht relativ klein, aber der Impact ist sehr groß. So, wie zuverlässig ist denn überhaupt unser Stromnetz? Naja, es gibt natürlich Monitoring, das macht die Bundesnetzagentur und auch in Europa andere Organisationen und die berechnen den sogenannten System Average Interruption Duration Index. Das muss ich immer ablesen, weil es ist ein hässliches Ding. Das ist im Endeffekt eine einfache Kennzahl, die sagt, innerhalb eines Jahres, wie viele Minuten war denn kein Strom im Durchschnitt für einen Letztverbraucher, also für einen Stromkunden, verfügbar. Ja, und wenn man sich das anguckt, sind das so, ich sag mal grob, round about 13 Minuten. Das ist jetzt der Zeitraum für Deutschland von 2008 bis 2014 geplottet. In dem Zeitraum haben die erneuerbaren Energien einen sehr großen Zuwachs erfahren. Wir sind mittlerweile bei etwa 30 Prozent der Energie, die aus regenerativen Kräfte kommt. Also man kann anhand von dieser Zahlen jetzt nicht nachweisen, okay, erneuerbare, gefährdendes Stromnetz. Sie haben andere Effekte und da kommen wir später zu. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Saidi. Wie wird der berechnet? Naja, es gibt im Paragraf 52 Energiewirtschaftsgesetz eine Meldepflicht für die Versorger. Wenn irgendwo länger als drei Minuten Stromausfall ist, muss das gemeldet werden. Die Bundesnetzagentur betreibt dafür einen XML-basierten Webservice, speichert das Ganze in einer SQL-Datenbank und berechnet dann halt diesen Kennwert und legt da auch einen Rechenschaftsbericht vor, beziehungsweise keinen Rechenschaftsbericht, aber einen Bericht vor, ja, und wertet diese Daten aus. Ist geil. Informationsfreiheitsgesetz, ich hätte gerne diese Datenbank. War ein Prozess von neun Monaten, war etwas... Ja, das war etwas, nennen wir es schmerzvolle Erfahrung auf meiner Seite. Die Bundesnetzagentur und ich, wir haben unterschiedliche Rechtsauffassungen, was den Inhalt betrifft. Ich gehe davon aus, dass die frei verfügbar sein müsste. Bis jetzt habe ich nicht alle Daten bekommen. Ich habe ein Subset dieser Meldedaten bekommen. Wenn man jetzt da einfach mal guckt, so der erste Ausfall ist vom 01.01.2008, der letzte Ausfall vom 31.12.2013. Das ist quasi meine Datengrundlage, mal einfach die Ausfallursachen grob aufsummiert. Abgesehen davon, dass Sie anscheinend ein Problem mit UTF-8-Encoding haben. Gibt es auch die kuriose Ausfallursache, bitte wählen. Also, ich sage es mal so, die Input-Validation wäre verbesserungswürdig an dieser Stelle. Aber Spaß beiseite, die Daten an sich sind relativ aussagekräftig. Also, jetzt einfach mal geplottet, pro Punkt müsst ihr euch einen Stromausfall vorstellen. Auf der Y-Achse die ausgefallene Leistung mal die Dauer. Also, wie groß war diese Störung? Auf der X-Achse die Zeit. Und da sieht man relativ einfach, okay, das meiste passiert auf der Niederspannungsebene und Mittelspannungsebene. Auf den höheren Netzebene, also Hoch- und Höchstspannung, da passiert eigentlich relativ wenig. Das ist auch so zu erwarten, weil auf diesem Netzebene einfach viel mehr Redundanz vorgehalten wird und man da einfach mehr Fail-Safes hat. Soweit, so gut. Sieht halbwegs plausibel aus, trotzdem vertraue ich diesem Datensatz nicht. Und der Grund ist folgendes. Ist jetzt ein bisschen komplexer. Ihr seht wieder auf der X-Achse die Zeit, auf der Y-Achse einfach nur die kumulierte Anzahl der Stromausfälle. Was ich eigentlich erwarten würde, wäre so eine Linie wie die rote da. Also, über die Zeit habe ich ein kontinuierliches Wachstum dieser kumulierten Anzahl. Diese rote Linie ist auch der Durchschnitt von allen Versorgern. Also, das ist so genau das, was man eigentlich erwarten würde. Ich habe jetzt hier in diesen schwarzen Linien nochmal zehn zufällig ausgewählte, aber halbwegs repräsentative Versorger dazu geplottet. Und wenn wir uns jetzt einfach mal diesen ganz da oben, den 641, uns angucken, das ist eine Kurve, die eigentlich sehr seltsam aussieht. 2008 hat dieser Versorger vier Ausfälle gemeldet. 2009 waren es 29. 2010 waren wir dann bei 1900. 2011 bei 57 und so weiter. Und was mich sehr stutzig macht, ist, dass dieser Sprung in 2010 eigentlich eine Gerade ist, die exakt zum Jahreswechsel ihre Steigung verändert. Also, das ist nichts, was ich durch einen physikalischen Fehlerprozess oder so erklären kann. Das sind eher, sagen wir mal, organisatorische Gründe. Wie die Bundesnetzagentur diese Daten bewertet, weiß ich nicht, aber ich hätte da ein paar Fragen zu. Also, wenn jemand von der Bundesnetzagentur mir das erklären kann, wäre ich sehr dankbar für. Insofern, diese offiziellen Statistiken und das offizielle Monitoring finde ich im Moment komisch, wenn ich auch nicht sagen möchte, dass das alles Bullshit ist, aber ich habe da Fragen. Wie funktioniert denn von der Planung her im Moment die Konstruktion oder die Zuverlässigkeit in unserem Stromnetz? Es gibt da natürlich Planungsregeln und Auslegungskriterien. Das Wichtigste, beziehungsweise das Hauptsächliche ist die N-1-Sicherheit. Die sagt einfach, wenn ich N Betriebsmittel habe und eins fällt aus, muss der Rest immer noch funktionieren. Brauche ich schon alleine deswegen, weil ich natürlich auch Wartungen machen muss. Ich muss ja in der Lage sein, zum Beispiel mal eine Hochspannungsleitung zu reparieren, wenn da irgendwas kaputt ist. Bei diesem Leitermast ist es zum Beispiel so, dass man drei Phasen hat, die übertragen werden, und zwar zwei Leiterseile übertragen jeweils eine Phase. Das heißt, ein Seil kann ausfallen und das andere Seil kann dann im Prinzip trotzdem den Strom transportieren, wenn noch entsprechende Reservekapazität da ist. So, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie funktioniert überhaupt so ein Stromversorgungssystem? Das ist eine Abbildung aus der Wikipedia, die ich an der Stelle eigentlich immer ganz gerne verwende. Die ist sehr komplex, auch wenn sie nur auf einer ganz, ganz hohen Ebene mal einen schnellen Überblick gibt, was gibt es überhaupt in so einem Stromnetz? Na ja, da gibt es zunächst mal das Stromnetz selber, gegliedert in verschiedene Spannungsstufe, Höchstspannung 220,380 Kilovolt, Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. Das verästelt sich dann quasi auch in die einzelnen Haushalte rein. Das, was ihr daheim bekommt, ist Niederspannung. Auf der Höchstspannungsebene versucht man, die Leitungsverluste durch die hohe Spannung relativ gering zu halten und halt größere Strecke zu überwinden. Dieser ganze Netzbetrieb ist, ich sag mal, sehr strikt reguliert und auch durch die Bundesnetzagentur mehr oder weniger überwacht. Dann hat man die Erzeuger, verschiedene Typen von Kraftwerken, die auf verschiedenen Netzebenen angeschlossen sind. Einmal die großen Dinger, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Großkraftwerke, die sind auf der obersten Ebene. Es gibt noch so mittlere Kraftwerke, städtische Kraftwerke, die dann auf der Hoch- oder Mittelspannungsebene angeschlossen sind. Es gibt Windparks, Solarkraftwerke, große Anlage, die auf der Mittelspannungsebene angeschlossen sind. Und was jetzt, sag ich mal, neu hinzukommt, und das ist was, wo die Erneuerbaren wirklich Probleme auch im Stromnetz machen, ist, dass man Erzeugungseinheiten auf der niedrigsten Netzebene hat, also auf der Niederspannungsebene. Das ist aber nur am Rande, sag ich heute, nicht viel zu. Genau, dann hat man natürlich noch die Verbraucher. Das sind einmal industrielle Abnehmer, die auch auf höherer Netzebene angeschlossen sein können, vor allem aber Stadtnetze, Ortsnetze auf der niedrigen Ebene. Und wie gesagt, dort findet auch Einspeisung statt mittlerweile. So, wenn ihr euch eine Folie zum Funktionieren des Stromnetzes merkt, sollte das diese sein. Zu jedem Zeitpunkt muss die erzeugte Leistung gleich der verbrauchten Leistung sein. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit, Strom in dieser Größenordnung zu speichern. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier einen Fernseher anmache, muss an einer anderen Stelle mehr Strom erzeugt werden. Ansonsten würde das Ganze nicht funktionieren. Und die Netzfrequenz, also diese 50 Hertz, die sind quasi der Indikator für Leistungsungleichgewichte. Kann man sich vorstellen wie diese Waage. Wenn Last und Erzeugung im Gleichgewicht sind, dann zeigt diese Waage auf 50 Hertz ober. Wenn ich jetzt irgendwie zu viel Last in Relation von meiner Erzeugung habe, dann sinkt meine Netzfrequenz. Umgekehrt, wenn ich zu viel Erzeugung habe für meine Last, dann steigt die Netzfrequenz. Das heißt, das ist quasi der Indikator, mit dem man auch reguliert, wie viel Strom man jetzt braucht. Man misst einfach die Netzfrequenz und guckt halt, muss ich jetzt mehr oder weniger Gas, Kohle, Atom, was auch immer geben. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es noch keine freien Messdaten dazu. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die sowas messe. Es gibt auch Dienstleister, die sowas messe, vor allen Dingen für den Stromhandel. Aber in frei und hoch aufgelöst gab es diese Daten schlichtweg nicht. Ich habe dann einfach gesagt, okay, bastle ich mir selber. Es ist ein Mikrocontroller, ist im Moment ein Raspberry Pi, hat Optimierungspotenzial, aber es gibt jetzt mehr als anderthalb Jahre an aufgezeichneten Daten von verschiedenen Messgeräten. Ich hatte bei der MRM-CD dazu mal einen Talk gehalten, wie das Projekt im Hintergrund funktioniert. In diesem Talk nutze ich jetzt nur die Daten. So, das soll es auch schon gewesen sein als Crashkurs in Sachen Stromnetz. Zurück zum Blackout. Szenario, was man immer wieder in der Presse hört, der Hacker greift ein Atomkraftwerk an. Ist das besonders? Ist das jetzt ein Problem? Oder wie verhält sich denn unser Stromnetz? Naja, kann man beobachten. Das ist das Kernkraftwerk Gunt-Remmingen. Da gab es am 25. Mal gucken, 25.03. diesen Jahres gab es eine Schnellabschaltung im Block C. Gunt-Remmingen besteht aus drei Reaktorblöcke. Der erste ist nicht mehr in Betrieb. Der zweite wurde zum Ausfallzeitpunkt gerade gewartet, war also nicht am Netz. Und der dritte war am Netz. Dann kam es allerdings durch die Wartungsarbeiten zu einem Ausfall der Druckluftversorgung, wie auch immer das passiert ist. Und es kam zu einer Schnellabschaltung. Das heißt, so schnell wie möglich wurde dieses Kraftwerk halt vom Netz genommen. Wie viel ist da vom Netz gegangen? Also wie groß war jetzt der Leistungsoutput von diesem Kraftwerk zu dem Zeitpunkt? Beim Atomkraftwerk ist es so, dass man im Prinzip auf die verfügbare Kühlleistung guckt. Kann ich entsprechend meine Überschusswärme loswerden? Das ist der begrenzende Faktor beim Output von einem Kernkraftwerk. Ich habe dann mit Wetterdaten ein bisschen rumgesucht. Irgendwann habe ich einfach im Kraftwerk angerufen, in der Presseabteilung. Die waren auch sehr freundlich und haben mir gesagt, okay, das Ding war im Prinzip unter Volllast. Zum Ausfallzeitpunkt knapp 1,3 Gigawatt. Ja, und das ist der Frequenzverlauf dazu. Ihr seht wieder auf der X-Achse die Zeit. Auf der Y-Achse seht ihr die Frequenz. Man sieht so, am Anfang war das alles relativ gut bei 50 Hertz ausgeriegelt, so wie das normal halt aussieht. Und dann in einem relativ kurzen Zeitfenster, das sind 19 Sekunden, gibt es einen radikalen Drop nach unten von der Frequenz. Das macht etwa 50 Millihertz aus. Und danach regelt das Netz direkt das wieder zurück. Das heißt, der Ausfall von einem einzelnen Kraftwerk ist quasi fast rauschen. Es gibt Ereignisse, die weitaus größer sind, die ich in meinem Messdaten habe. Das hier ist kein großes Problem. Jetzt kann man nochmal gucken, was wirken denn da für Kräfte. Ich habe jetzt einfach diese Frequenzmessung genommen, die nochmal ein bisschen geklettet und dann auf den gekletteten Daten, die ihr oben seht, blaue Linie, nochmal die erste Ableitung gebildet, also quasi die Leistungsänderung pro Zeiteinheit berechnet. Diese Leistungsgradiente, die waren schon ziemlich groß. Das sind etwa 5 Gigawatt pro Minute, die man dann in der Spitze hatte. Das sind natürlich, ich sage mal, sehr große mechanische Belastungen, die dann auch auf so ein Kraftwerk wirken. Also der Betreiber von dem Kraftwerk hat sich definitiv nicht gefreut, als da irgendein Praktikant die Druckluftleitung geöffnet hat. Ist aber passiert, war auch kein Problem fürs Stromnetz. So, wie funktioniert denn jetzt diese Stabilisierung? Wie hat es denn das Stromnetz geschafft, die Frequenz wieder zurückzuführen? Na ja, da gibt es im Endeffekt drei Effekte, die ich jetzt mal so kurz umreiße werde. Ich gehe immer vom, in der folgenden Folie gehe ich immer vom UCTE-Auslegungsfall aus. Das ist quasi die Dimensionierungsrechnung, die man bei solchen Dingen verwendet. Man geht von einer relativ niedrigen Netzlast aus, 150 Gigawatt, und nimmt einen Doppelblockausfall an, also minus 3 Gigawatt als Event. Das heißt, ein Atomkraftwerk, vielleicht noch ein bisschen mehr, fällt komplett aus mit zwei Blöcken. So, jetzt gibt es drei Effekte, die kumulativ wirken. Also ihr müsst euch immer die Kurven addiert vorstellen. Die erste ist hier diese blaue Kurve, das ist das Ausspeichern von Rotationsenergie. Die zweite Kurve, diese rote, ist quasi die Rotationsenergie plus der Netz-Selbst-Regel-Effekt. Und das dritte ist dann die Primärregelung. Das ist eigentlich erst eine aktive Komponente, wo was geregelt wird. Der Rest ist Physik. Gehen wir jetzt langsam durch. Zur Rotationsenergie. Das ist die Turbine, oder die ehemalige Turbine, vom Block 2 in Philipsburg. Das Ding wiegt 190 Tonnen, und dreht sich mit 25 Umdrehungen die Sekunde. Da hängt jetzt noch eine riesen Generatorwelle dran. Der Generator ist jetzt auch kein Leichtgewicht, und das ist jetzt nur ein Gerät in diesem Stromnetz. Das heißt, da ist einfach in der Drehbewegung wirklich viel Energie gespeichert. Und das ist die sogenannte Momentanreserve. Was die macht, das ist hier wieder diese blaue Gerade, die bestimmt mir quasi, wie schnell die Frequenz abgebremst wird. Wenn man sich vorstellt, diese Turbine rotieren halt mit einem Vielfachen der Frequenz des Stromnetzes, alles synchron, alle in Europa, und wenn jetzt irgendwo was wegfällt, dann werden quasi alle sich bewegende Masse gleichmäßig abgebremst. Mehr oder weniger gleichmäßig. Es gibt da noch andere Effekte. Also im Endeffekt, diese Momentanreserve repräsentiert die Trägheit aller Erzeuger, aber auch verbraucherseitigen, rotierenden Schwungmassen. Es gibt gewisse lastabhängige, frequenzabhängige Laste, wie Pumpen oder Verdichter, die tragen natürlich auch dazu bei. Also überall, wo ich eine netzsynchron, rotierende Maschine habe, die trägt zu diesem Effekt bei. Kann man wieder gucken, jetzt alle drei Effekte zusammengerechnet, wie wirkt sich denn das aus, wenn ich diese Rotationsenergie verändere. Die wird halt charakterisiert durch den etwas sperrigen Begriff der Netzanlaufzeit. Ist die Netzanlaufzeit relativ klein, das ist die rote Kurve, kriege ich einen relativ scharfen initialen Frequenzdip, ist sie ein bisschen größer, bei 20 Sekunden kriege ich diesen schwarzen Verlauf. Das sind übrigens auch empirisch geschätzte Werte, also so Pi mal Daumen, in dieser Range bewegt sich das in Europa. Zweiter Effekt, also diese rote Kurve, der Netz-Selbst-Regel-Effekt. Der sagt einfach, okay, ich habe 1,5 bis 2 Prozent Netzlastreduktion pro Prozent Frequenzverlust. Diese frequenzabhängige Laste ziehen einfach weniger Leistung, je niedriger die Frequenz ist. Stellt euch einfach einen Asynchronmotor vor, der da irgendwo dreht, wenn ich die Frequenz absenke, dann kriegt der halt weniger Energie und nimmt damit auch weniger Energie auf. Es sei denn, sie sind durch so einen Frequenzumformer angebunden, dann gilt das natürlich nicht. Aber alles, was wirklich nettsynchron läuft, trägt zu diesem Effekt bei. Wieder der gleiche Plot, ist die Netzkennzahl relativ gering, rote Linie, ist mein initialer Dip größer, ist sie relativ hoch, fällt der initiale Dip nicht so groß aus. So, und jetzt kommen wir quasi zur ersten aktiven Komponente. Das waren jetzt einfach nur physikalische Effekte, die halt im europäischen Stromnetz so drin sind. Jetzt sind wir quasi im Regelsystem eines Großkraftwerks. Stellt euch zum Beispiel ein Atomkraftwerk vor. Und da gibt es einen Mechanismus namens Primärregelung, dessen Aufgabe ist, jetzt ist quasi den Frequenzeinbruch, weil da irgendwas passiert ist, wirklich zu begrenzen und wieder ein bisschen zu stabilisieren. Ein Schaltbild, Übersichtsbild aus einem Paper, was ich sehr empfehlen kann, von Elgert, wer da mehr wissen will über diese ganzen Effekte, das wäre eure Quelle. Was im Endeffekt gemacht wird, ist, ich habe unten bei der 1 einen Frequenzsensor, gucke halt, was ist denn die aktuelle Netzfrequenz, melde das an ein Regelsystem, da oben bei der 2, wo halt dann im Prinzip die Rotationsgeschwindigkeit meiner Generatorwelle verglichen wird mit der Frequenz und geguckt wird, wie passen das alles zusammen, was wäre eigentlich mein Setpoint, was ist mein gegenwärtiger Frequenzwert und dann wird im Endeffekt einfach ein Ventil auf- oder zugemacht, das heißt, es wird mehr oder weniger Dampf auf meinen Generator gegeben. Und so gleicht man das halt aus über hydraulische Effekte, über pneumatische Effekte und natürlich auch die Trägheit dieser rotierenden Turbine hat man eine gewisse Anlaufzeit, die es einfach braucht. Das heißt, so round about 30 Sekunden Verzögerung hat man einfach in diesem System, bis die Primärregelung wirklich losläuft. Von der Regelstrategie her ist das ein simpler Proportionalregler, das ist jetzt aus einem Dokument, was die europäischen Netzbetreiber der EU-Kommission vorgelegt haben, wie dieser Mechanismus strukturiert werden soll. Im Prinzip, wenn man eine positive Frequenzabweichung hat, wird die Leistung entsprechend reduziert, wenn man eine negative Frequenzabweichung hat, wird die Leistung entsprechend besteigert. Relativ simpel. Und die Steigung dieser Grade wird dann, ich sage mal, pro Kraftwerk über die Netzbetreiber einfach festgelegt. Das heißt, jedes Kraftwerk, was an dieser Regelung teilnimmt, kriegt so eine Gerade und regelt dementsprechend. Okay, zurück nochmal zu Gunt Remmingen. Ich habe ein Modell geschrieben, was ich euch im Prinzip jetzt gezeigt habe, was diese ganzen Plots macht, was halt das Regelverhalten des europäischen Stromnetzes ein bisschen charakterisiert. Es gibt noch eine Größe, die uns fehlt, um das Modell wirklich sinnvoll laufen lassen zu können. Und das ist die Netzlast. Wie viel Strom wurde denn in der Zeit überhaupt in der EU oder in dem europäischen Verbundnetz benötigt? Sieht man einmal auf der X-Achse Uhrzeit, also Tageszeit aufgetragen, alles in UTC. Auf der Y-Achse die Netzlast in Megawatt. Diese Kurve verschiebt sich natürlich im Jahresverlauf, man braucht im Winter Heizung, man braucht mehr Licht, im Sommer ist das ein bisschen anders und auch über die Tageszeit verändert sich diese Kurve. Wenn man mal so grob guckt, Näherung 25. März, 7.35 Uhr, als dieser Ausfall war, würde ich sagen, 405 Gigawatt an benötigter elektrischer Energie. Das ist jetzt im Prinzip meine Messdaten über dem Modell. Die grüne Linie ist die gemessene Netzfrequenz. Die anderen Linien kennt ihr schon. Und wenn ihr jetzt einfach mal oben auf die schwarze Linie guckt, diese Hockeyform da, das ist relativ gut auf einem Niveau angekommen, wie auch der Ausfall tatsächlich war. Also die 50 mHz, die ich gemessen habe, kann ich mit diesem Modell im Prinzip schon vorhersagen. Was ich nicht vorhersagen kann, ist die konkrete Form des Frequenzverlaufs. Das kommt einfach daher, dass natürlich parallel in Europa noch ein bisschen mehr passiert als nur dieser eine Event. Das heißt, es ist quasi unmöglich, genau diese Kurve da auszurechnen. Aber so Pi mal Daumen passt das schon ganz gut. Das Modell ist noch nicht hinreichend kalibriert. Ich bräuchte einfach mehr Kernkraftwerk-Schnellabschaltungen, um das zu machen. Aber Sinn und Zweck von der Arbeit ist es jetzt einfach mal Messdaten zu sammeln, mal zu gucken, wann fallen denn Kernkraftwerke aus, kann ich das in den Messdaten nachvollziehen und dann halt anhand von verschiedenen Fällen dieses Modell weiter zu, ich sage mal, zu verfeinern. Um einfach ein Maß zu haben, wie groß ist denn zum Beispiel die Netzanlaufzeit, wie groß ist die momentanen Reserve, wie würde es sich verhalten, bei welcher Ausfallgröße. So, Zwischenfazit. Was passiert bei erzeugerseitigen Störungen? Unabhängig davon, physikalische Effekte stabilisieren zunächst mal das Netz in der ersten 10 Sekunde. Ohne die Physik würde das an der Stelle sowieso nicht funktionieren, weil wir einfach keine Regelung haben, die so schnell reagieren könnte. Dann irgendwann wirkt die Primärregelung. Wenn ich jetzt ein Blackout verursachen wollte, müsste ich also einen möglichst schnellen, hinreichend großen Sprung in der Netzfrequenz verursachen, damit es für die Primärregelung schon zu spät ist. Gleiches gilt natürlich auch für Verbraucherausfälle. Also ich kann das Ganze einfach umdrehen, kann sagen, okay, ich gehe in Privathaushalte oder Industrieunternehmen oder was auch immer. Jeder, der Strom verbraucht, wenn ich den schlagartig vom Netz trenne, geht die Frequenz halt nach oben, ist aber im Prinzip genau der gleiche Zusammenhang. Gut. So. Nächster Punkt. Was ist denn mit diesem Übertragungsnetz? Ist ja noch eine weitere Komponente, die im Prinzip angreifbar wäre. So ein Übertragungsnetz kann natürlich ausfallen und das passiert auch. Zum Beispiel am 4.11.2006 etwa 22.10 Uhr, da wurde die Norwegian Pearl, das ist dieses schöne Schiff, ausgeliefert von der Meierwerft in Papenburg. Die haben das Problem, dass sie nicht direkten Zugang zur Nordsee haben, sondern die müssen halt über die Ems ihre Schiffe da irgendwie in die Nordsee transportieren. Komplizierend an der Stelle ist, dass es da eine Höchstspannungsleitung gibt. Das ist ein Bild von dieser Leitung. Damals gab es noch nicht diese roten Aufständerungen, das heißt, die Leitung war einfach niedriger und da das ein relativ großes Schiff ist, war da einfach nicht mehr genügend Luft, sodass diese Meierwerft halt bei E.ON angerufen hat, gesagt hat, hier können wir die mal irgendwie für eine Stunde offline nehmen, weil ich würde da gerne mein Schiff ausliefern. E.ON hat das dann auch gemacht, also man sieht da diese rote Kurve, das ist diese Pi mal Daume, der Verlauf dieser Leitung, da geht irgendwo die Ems halt in die Nordsee, die haben sich verabredet, okay, schalten hier den Strom ab und E.ON hat dann halt ja, diese Leitung außer Betrieb genommen. Und dann gab es so einen kleinen Fuck-up. E.ON hat auf der Seite, also geplant war, dass die elektrische Leistung über andere Höchstspannungsleitungen transportiert wird. Auf der Seite von E.ON auf einer Leitung hatte man angenommen, dass der Auslösewert von einem Leitungsschutzschalter bei 3000 Ampere liegt. Auf der Gegenstelle, was dann im Netzgebiet von RWE war, war der gleiche Leitungsschutzschalter, allerdings mit 2100 Ampere spezifiziert. Das heißt, E.ON hat eine Netzberechnung gemacht, hat gesagt, naja, ich bin jetzt hier bei 2,5, bei 3000 liegt der, also erfundene Werte. Ich bin bei 2,5 oder was auch immer. Das passt in meinen Auslösewert rein, also machen wir das einfach, das ist safe. Hat natürlich dazu geführt, dass diese Leitung offline ging. Und weil die Situation im Stromnetz gerade relativ viel Transportkapazität erfordert hat, gab es dann eine leichte Kettenreaktion. Jede dieser Zahlen da auf der Karte steht für einen Ausfall einer Höchstspannungsleitung. Es ging ja so im Prinzip einmal quer durch die Republik, wo die Leitungen halt ausgefallen sind. Die Konsequenz war, dass das europäische Verbundnetz in drei unabhängige Teilnetze zerfalle ist, die auch unterschiedliche Frequenzen hatte. Also ihr seht hier Bereiche wie Spanien, Frankreich, die eine Unterfrequenz hatte. Hamburg hatte eine Überfrequenz, ich sage mal da in Richtung Oste Area 3, hatte dann wieder eine Unterfrequenz. So, ja, eher ungut. Man sieht auch hier in dem Graph die drei Netzfrequenzen nochmal separat aufgeplottet. War jetzt nicht so gut. Man hat dann versucht, das Ganze zu reparieren. Der Ausfall war etwa so um 22.10 Uhr. Man hat dann, ich sage mal, um, was ist das hier, 22.34 Uhr, also 25 Minuten später, den ersten Versuch gemacht, zwei Teilnetze wieder zusammenzuführen und zusammenzuschalten. Hat nicht so gut funktioniert. Man hat dann insgesamt neun Versuche gebraucht, um wirklich wieder die Netze physikalisch miteinander zu verbinden. Hat dabei sehr viele, ich sage mal, Effekte entdeckt von Frequenzoszillationen. Keine Ahnung, Frequenz ist hochgegangen, dann haben die Windkraftwerke im deutschen Norden gesagt, oh, ich schalte mal besser ab, dann ist die Frequenz wieder runtergegangen. Dann haben die Windkraftanlagen gesagt, oh, Frequenz ist cool, ich schalte wieder ein, dann ist sie wieder hoch. Also das ist halt kein triviales System. Es ist eine verdammt komplexe Geschichte, da sind verdammt viele Gesetze im Spiel, Vorschrifte im Spiel und wir reden über was Europäisches. Also in Italien hat man ganz andere Schaltschwelle als in Deutschland. Um das nochmal so ein bisschen zu abstrahiere und vielleicht einfacher greifbar zu machen, habe ich mir folgendes Szenario überlegt. Das ist im Endeffekt ein kleines Python-Skript, was dieses IEEE 24 Reliability Test System simuliert, also wirklich die Leistungsflüsse in einem Ausschnitt des amerikanischen Höchstspannungsnetzes, ich weiß nicht, wie das dort heißt. Ihr müsst euch im Prinzip hinter jedem dieser grünen Kreise ein komplettes Netzsegment vorstellen und halt sagen, okay, da hängt jetzt eine Menge hinten dran, da hängt halt irgendwie ein Bundesland hinten dran oder so was. So, und auch im normalen Betrieb kommt es vor, dass zum Beispiel wieder unten die Leitung zwischen 6 und 10 einfach eine Leitung über Kapazität betrieben wird. Das ist normaler Business. Ich sage mal, das ist jetzt eher so eine leichte Überlastung, es kann halt auch mehr sein. So, jetzt mache ich einfach mal da die Leitung aus, zwischen 14 und 16. 14 wird weiter versorgt. Ja, das ist die N-1-Sicherheit, ist irgendwas passiert, aber das Ding läuft weiter. So, wie man erwartet, wenn ich die Leitung zwischen 11 und 14 jetzt kappe, hat 14 keinen Strom mehr, aber es gibt auch Effekte darüber hinaus. Die Leitung zwischen 11 und 13 transportiert jetzt auf einmal keine Energie mehr. Was da jetzt genau dahinter steht, wo welches Kraftwerk ist, wie man das vorher gespeist hat und so, das ist halt jetzt hier nicht ersichtlich, aber es gibt da, ich sage mal, nicht intuitive Zusammenhänge. So, jetzt mache ich einfach mal zwischen 3 und 9 die Leitung aus und jetzt passiert eine ganze Menge. Jetzt habe ich hier zum Beispiel zwischen 8 und 7 einen Ausfall. Der ist an einer ganz anderen Stelle. Ich habe zwischen 16 und 19 eine Leitung, die jetzt so langsam, sagen wir mal, sich erwärmt. Und zwischen 1 und 3 habe ich jetzt eine Leitung, die mit 250% ihrer Spezifikationen betriebe wird. Insofern gehe ich davon aus, okay, die wird auch Ausfalle. Und jetzt habe ich den Fall, wie gesagt, nur ein Beispiel, um das ein bisschen greifbar zu machen. Jetzt habe ich den Fall, dass 1 im Prinzip 2 verfügbare funktionierende Leitungen hat, aber trotzdem nicht versorgt werden kann. Einfach basierend auf physikalische Effekte, die jetzt da drunter liegen. Fazit. Stromnetze sind eine extrem komplexe Geschichte. Im Prinzip wird jede Schalthandlung, die ein Übertragungsnetzbetreiber so macht, über genau solche Modellrechnungen nochmal geprüft. Also wenn ich jetzt hier diese Leitung ausmache, was sind denn die Konsequenzen für mein Netz? Meistens geht das auch gut. Wird ja nicht immer so ein Kreuzfahrtschiff ausgeliefert. Aber inhärent neigen diese Netze halt zu Kaskadeneffekte. Wenn irgendwo was überlastet ist und irgendwas drumherum noch passiert, dann kann halt mehr passieren. Weiß man nicht so genau. Und das Verhalte von so einem Netz ist halt unintuitiv. Also es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Netzplan, ich mache hier ein X hin und dann ist das verständlich, sondern ja, das muss man schon wirklich simulieren. So, verschärft wird diese ganze Problematik jetzt durch, ich sage mal, den zunehmenden Stromtransport. Wir haben einen liberalisierten europäischen Energiemarkt. Strom wird an der Börse gehandelt. Das heißt, ich kann als Österreicher meinen Strom in einem französischen Kernkraftwerk kaufe und mir den Strom einfach herschicken lasse. Die Netze müssen die Leistung natürlich trotzdem transportieren. Das ist jetzt von der Transparenzplattform der Enzoe, dem Verband der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber, einfach mal ein willkürlicher Screenshot gemacht. Die Daten sind online, könnt ihr euch angucken. Das ist jetzt eine Situation, wo durch Transnet BW, durch das Netzgebiet von Transnet BW, aus Frankreich 1,7 Gigawatt importiert wird und weitergeleitet wird in die Schweiz und nach Österreich. Also es ist ganz normaler Business. Unabhängig davon, was jetzt innerhalb von dem Netz, von Transnet sonst noch passiert. Das sind jetzt nur Summenbildungen. Das heißt, man hat Stromhandel, man hat die Notwendigkeit, diese Leistungen zu transportieren und das belastet einfach die Netze zusätzlich. Wenn man sich jetzt noch ein bisschen um den Stromhandel kümmert, das ist ein Event, auch willkürlich aus meinen Datensätzen rausgegriffen. Ausgegriffe, es ist keine Besonderheit. Es ist eine Situation irgendwie aus dem September 2014, kurz nach Mitternacht. Sieht man, dass die Frequenz relativ stark einbricht. Wenn man jetzt wirklich Spitze zu Spitze mal guckt, sind wir so etwa bei 160, 170 mHZ. So etwa drei Atomkraftwerke, die da ausfallen. Das ist etwas, was ganz normal ist. Das ist einfach ein Handelsartefakt. Das hat keine physikalischen Ursachen, das hat keine Ursache darin, dass irgendwo irgendwas ausgefallen ist, sondern das ist eine Konsequenz des Stromhandels. Ich habe dann wirklich viele von diesen Events so gefunden und habe mal, ich sage mal, eine durchschnittliche Netzfrequenz über die Tageszeiten geplottet. Also über anderthalb Jahre alle meine Daten genommen, da eine Durchschnittsnetzfrequenz in Abhängigkeit von der Uhrzeit geplottet und da kommt dieser Graph raus. Was ich erwarten würde, ist, dass das mehr oder minder 50 Hertz ergibt. Was man aber sieht, ist, dass die mittlere Netzfrequenz, die schwarze Linie in der Mitte, deutliche Strukturen aufweist. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, hier nochmal reingezoomt, so findet man im Prinzip, dass jede Stunde so ein Event passiert. Die sind abends, jetzt will ich nochmal zurückgehen, die gehen abends eher nach unten, morgens gehen sie eher nach oben, mittags sind die Events eher kleiner, aber morgens und abends größer. Das sind einfach normale Handelsstrukturen, die dadurch kommen, dass Strom in Stundenpaketen gehandelt wird, beziehungsweise mittlerweile auch Viertelstundenpakete. Und man sieht halt genau, wann jetzt einzelne Produkte an diesem Finanzmarkt ablaufen und wann jetzt das nächste Kraftwerk quasi diese Leistung übernimmt. Das sind einfach Übergänge zwischen verschiedenen Lieferbeziehungen. So, das ist jetzt mein Kochrezept für ein Blackout. Ihr braucht einen Leistungssprung. Und dieser Leistungssprung muss schneller sein als die Frequenzregelung. Muss verhindern, dass die Primärregelung da wirklich eingreifen kann und die Frequenz stützen kann. Und ich muss mir eine Konstellation suche, wo ich vielleicht auch noch schaffe, dass Ausfallkaskade im Stromnetz selber passiere. Letztlich ist es ja immer Ziel, dass ich das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch irgendwie störe. Konkret, wenn ich Böses vorhätte, was würde ich tun? Ich würde mir einen Tag suchen, wo viel Wind da ist. Ganz einfach deswegen, weil Windkraftanlage nicht Teil der Primärregelung sind. Das heißt, wenn ich mehr Wind im Netz habe, habe ich automatisch weniger rotierende Masse in diese Großkraftwerke, die aktiv dagegen wirken. Dann würde ich mir eine Situation suche, auf der Basis von Handelsdaten, die man aber einsehen kann, wo ich weiß, okay, da wird jetzt viel Strom in ein anderes Netz exportiert. Zum Beispiel nach Großbritannien. Die sind ein Teil von dem kontinentaleuropäischen Netz. Und ich würde vielleicht einen Stundenwechsel mir gezielt ausgucken, wo es sowieso schon irgendwie Unruhe in diesem System gibt. Und dann brauche ich nur noch meinen gezielten schnellen Lastsprung. Und das ist im Endeffekt, ja, mein Angriffsplan. Kurz vor Weihnachten war ich dankbar für diese heiße Meldung. Hacker haben Teile des US-Strommetzes infiltriert. Natürlich. Ob das jetzt Hacker sind, ob das Regierungen sind, ob das irgendwelche nicht transparente Organisationen sind, wer auch immer das ist, aber es ist ein Software-System und es wird irgendwie angegriffen werden. Hinzu kommt, dass die Software-Systeme, die man im Netzbetrieb einsetzt, ja, das ist halt eine Monokultur. Von den 800 Netzbetreibern in Deutschland setzen 300 das System IDS Highlight ein. Insofern, wenn ich einmal in diesem Highlight-Produkt eine Schwachstelle gefunden habe, weiß ich auch, wie ich in die restlichen 299 reinkomme. Das ist halt eine Monokultur. Smart Meter ist natürlich eine Angriffsfläche. In Deutschland sagt man immer, Smart Meter, da schalte ich einen Haushalt ab. Nee, mit den deutschen Smart Metern wird man Haushalte nicht wirklich abschalten können. Man kann nur gewisse Geräte in Haushalte abschalten. Ist auch gar nicht relevant, weil vermutlich ist es einfacher, in anderen europäischen Ländern nach nicht so gut geschützten Smart Meter-Infrastrukturen zu suchen, ohne die Smart Meter anzugreifen, sondern die Steuerzentrale der Smart Meter. Das ist jetzt einfach mal eine Karte. Alles, was grün ist, sind Smart Meter-Infrastrukturen, die es erlauben, den Haushalt komplett vom Stromnetz zu trennen aus der Ferne. Also potenziell, ohne jetzt die Systeme im Detail so mir angeguckt zu habe, beziehungsweise nicht runter auf diese Ebene. Es ist ein Computersystem. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, Tarife umzuschalten. Das heißt, es gibt Kommunikationsmöglichkeiten. Vielleicht kann ich auch Zeitpunkte, Schaltzeitpunkte vorgeben. Und so eine Infrastruktur ist potenziell auch skriptbar. Das heißt, ich könnte mir überlegen, der Zeitpunkt ist gut, da bitte einfach mal halb Frankreich vom Netz nehmen. Geht aber viel einfacher. Es geht mir ja um einen wirklich kurzzeitigen Leistungssprung. Ich kann ja einfach einen Teil des Netzes manipulieren. Ich habe Stromleitungen, die halt einfach diese Leistung transportieren. Die sind irgendwo im Wald. Dann suche ich mir entsprechende Stelle aus und zerstöre einfach mechanisch dort Infrastruktur. Wenn ich es gut mache, zerstöre ich natürlich genau die Infrastruktur, die am meisten kritisch ist. Das ist dann eine Hausaufgabe, die ich nicht erledigen möchte. Es gibt auch militärische Waffen dafür, zum Beispiel Grafitbomben. Das sind einfach Bomben, die Grafitstaub oder Kohlestofffasern freisetzen, die über Umspannwerke oder Kraftwerke abgefeuert werden, dort explodieren, halt einen Staub verursachen und einfach einen Kurzschluss machen. Wurde im Zweiten Golfkrieg eingesetzt, wurde im Kosovo-Krieg eingesetzt, ist also eigentlich gut abgehangene Technologie, die verfügbar ist. Ja, was ist meine Kritik? Naja, am Anfang habe ich gesagt, Auslegungskriterium ist eben dieses N-1-Kriterium. Ein Betriebsmittel fällt aus, der Rest muss weiter funktionieren. Jetzt kommt es aber immer darauf an, was passiert drumherum, was macht das Stromsystem gerade und wo sind wirklich die Schwachpunkte. Diese systemische Schwäche werden halt bei diesem Kalkül überhaupt nicht mit einbezogen. Wir haben den Stromhandel, wir haben eine relativ hohe Netzauslastung, all das macht schon an sich Lastsprünge und ich kann es vorher berechnen. Die Kaskadeneffekte sind in der Literatur relativ wenig betrachtet bislang. Also auch in den Netzrechnungen ist mir nicht bekannt, dass Kaskadeneffekte gezielt als Parameterstudie zum Beispiel untersucht werden. Und es gibt weitere Effekte, für die ich allerdings noch nicht die passenden Messdaten habe, zum Beispiel Frequenzpendelungen. Im Prinzip, die Frequenz schwingt in Europa von einem Ende, also von Portugal nach, keine Ahnung, wo ist es, Türkei, wahrscheinlich der letzte Punkt, gibt es so eine Pendelbewegung der Netzfrequenz. Ob das wirklich stabil ist, weiß ich nicht. Da gibt es mittlerweile bei den Übertragungsnetzbetreibern Aufzeichnungen. Ich habe einfach noch nicht genügend außerdeutsche Messstandorte. Also wenn ihr so eine Patenschaft für so ein Messgerät übernehmen möchtet, meldet euch bei mir, ich bin euch da sehr dankbar für. Was tun? Ja, mehr Dezentralisierung wagen. Es gibt eine VDE-Studie, der zellulare Ansatz, die Studie kommt eher aus der Perspektive von, wie integrieren wir erneuerbare Energien in unser Energieversorgungssystem, nicht nur im Hinblick auf Strom, sondern auch Wärme und so weiter. Aber da wird im Endeffekt vorgeschlagen, dass man halt relativ autonome, dezentrale Zellen hat, die Leistungen miteinander austauschen können, die aber für sich selber zunächst mal autonom funktionieren. Das heißt, man hat nicht ein Riesensystem über ganz Europa, sondern eher kleinere Strukturen. Was braucht man auch? Man braucht Netzstabilisierung auch auf der Niederspannungsebene. Stromnetz wurde nie so gebaut. Man hat immer gesagt, okay, Höchstspannungsebene erzeugen wir den Strom, schicken ihn nach unten, dort wird er verbraucht. Mittlerweile erzeugen wir halt auch Strom unten und schicken ihn nach oben und verbieten diesen neuen Anlagen an der Stabilisierung des Netzes mit teilzunehmen. Also Primärregelungen gibt es nicht in einem Photovoltaikwechselrichter. Das ist an der Stelle ein komplett passives Ding. Da muss ich was tun, aber da gibt es mittlerweile halt auch Bestrebungen, an der Stelle aktiv zu werden und neue Vorschriften umzusetzen. Ja, ich hätte gerne autonome Zellen im Hinblick auf das Stromnetz. Ich hätte gerne, dass ich eine Stadt wie zum Beispiel Kaiserslautern mit ihrem Umland relativ autonom versorgen kann. Ich muss das nicht die ganze Zeit tun. Vielleicht passt es auch mal, dass man mit der Nachbarzelle was austauscht. Aber wenn das Wetter gerade gut ist und es alles zusammenpasst, dann kann das Ding eigentlich autonom funktionieren. So, das ist auch schon das Ende. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die mir im Vorfeld E-Mails geschickt haben. Ich habe von verschiedenen Seiten gehört, dass meine Gedanke prinzipiell schon nicht ganz falsch sein könne. Es gibt anscheinend sehr viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen und das finde ich ganz klasse. Wenn ihr euch die Daten angucken wollt, wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, Netz-Sinus. Ja, und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, Matthias. Ihr dürft Matthias jetzt Sachen fragen. Wer Matthias keine Sachen fragen will, sondern rausgehen will, möge das bitte leise tun und bei möglichst wenig Mateflaschen umtreten. Danke. Danke. Das war die Achte während dieses Vortrages. Acht. Aber es sind nur acht Promille der Leute hier drin. Ja, da bitte. Ihr seid soweit? Ja. Schieß los. Also vielen Dank für den Vortrag. Gerne. Ich habe eine Frage zu den autonomen, kleineren Netzen. Wenn man jetzt Strom einkaufen will, dann muss man ja letztlich irgendwie eine Frequenzanpassung machen. Das heißt, da braucht man vermutlich große Wechselrichter. Ist das richtig? Na, die Wechselrichter hast du bei den erneuerbaren Anlagen ja sowieso. Also Windkraft und so weiter geht nur über Wechselrichter. Ich weiß jetzt nicht, wohin deine Frage geht. Magst du das nochmal spitzig? Also letztlich ist natürlich die Frage, wie machbar das bereits ist und ob ich es richtig verstanden habe, auch so nebenbei. Also machbar, wir sind jetzt dabei, unser Energieversorgungssystem sowieso umzukrempeln über die Energiewende. Technisch halte ich es für machbar. Ich denke auch, dass man sowieso viel im Moment tut, um Photovoltaikanlage zu integrieren. So hoch wird der Zusatzaufwand jetzt auch nicht sein. Was ich als größten, ich sage mal, Stolperstein da empfinde, ist, dass natürlich diejenigen, die im Moment ein fertiges Stromnetz in ihrem Besitz haben, nicht wollen, dass sich das verändert. Und es sind einfach sehr große Lobbys am Werk, die da, ich sage mal, in die entgegengesetzte Richtung agieren. Danke. Danke. Okay, es wäre wirklich respektvoll gegenüber denen, die es interessiert, wenn ihr leise rausgeht und draußen anfangen zu erzählen. Dankeschön. Einmal aus dem Internet. Das Internet wird gerne wissen, ob es mit verteilten und synchronisierten Messungen möglich ist, von der Netzfrequenz rauszufinden, wo oder welches Kraftwerk ausgefallen ist. Weil, naja, Lichtgeschwindigkeit ist nicht beliebig groß. Coole Frage. Vor allen Dingen hat man ja in Umspannwerken nochmal irgendwie Transformatoren, die auch Effekte auf die Laufzeit haben. Also, finde ich ein sehr cooler Gedanke. Vermutlich bräuchte man allerdings eine sehr detaillierte Karte über Leitungslänge, wo welches Umspannwerk ist, wie Leitungen gerade betrieben werden. Die Daten sind aber frei verfügbar. Also, wenn jemand weiß, wie, dann go, tut das. Schickt mir eine Mail. Finde ich klasse. Hier, bitte. Wie wäre es denn, wenn man sagt, man greift die Stahlindustrie ihre Emissionsschmelzanlagen an und macht da mal einen Verbraucherabsturz, dass man auf einen Schlag viel weniger verbraucht? Ja, verhält sich ganz genauso. Ist ein Lastabwurf, ob ich jetzt einen Erzeugungsverlust habe oder einen Verbrauchsverlust. Die Kurve geht halt statt nach unten nach oben. Ansonsten alles gleich. Was nicht gleich ist, ist, dass es natürlich zum Beispiel diese 50,2 Hertz Problematik gibt, wo Windkraftanlagen halt abschalten. Das ändert sich. Ich bin im Moment mir nicht ganz sicher, ob es schon umgesetzt ist oder ob es noch kommt. Aber diese harte Schaltschwelle versucht man jetzt quasi aus der Infrastruktur rauszunehmen. Das heißt, einfach abschalten, wenn der Verbrauch runtergeht, geht nicht. Also bei Windkraftanlagen wird es dann zum Beispiel so sein, dass sie ihre Leistung einfach reduzieren. Bei Photovoltaikanlagen, die du jetzt kaufst, ist es schon so. Das heißt, man hat nicht mehr diese harte Schaltschwelle, sondern man sagt, okay, es gibt eine graduelle Reduktion der Einspeisung. Okay, einmal links außen. Ungefähr wie viel Pi mal Daumen in Prozentabweichung bräuchte man denn, damit es tatsächlich zu einem Komplettausfall des Stromnetzes kommt? Und wenn das passieren würde, wie lange dauert das dann, um das Netz eigentlich wieder hochzufahren? Ich muss mal kurz, ich weiß nicht, ob ich die hier habe. Ja. Das ist jetzt einfach mal die Frequenzen aufgeplottet, bei denen irgendwas im Stromnetz passiert. Ist jetzt ein Haufen Text. Im Endeffekt, wenn ich irgendwo unter, was ist das hier, 49,5 oder über 50,50 Hertz komme, passieren Dinge. Da werden entweder Netzsequente abgeschmisse, also gezielt ein Blackout herbeigeführt, um die Frequenz wieder zu stabilisieren, oder es werden Kraftwerke runtergefahren. Also diese Frequenzschranke gibt es schon. Aber das heißt sozusagen, das System wird sich auch davor schützen, dass komplett Europa einen Stromausfall kriegt, in dem dann sozusagen segmentweise man sagt, man haut Hamburg mal aus dem Stromnetz raus. Gut, Hamburg wird jetzt da nicht weiter als, also wäre eher Rauschen, vermute ich mal, dann eher, man geht zum Beispiel in Stahlschmelze und klaut denen einfach mal für 10 Minuten den Strom. Also da gibt es spezielle Lieferbeziehungen, die das dann halt zulassen, denen mal kurzfristig den Strom abdrehen kann. Deswegen, man muss den Lastsprung wirklich schnell machen, damit all diese Mechanismen halt keine Zeit haben, ihre Wirkung zu entfalten. Wenn man so einen großen Lastabwurf hat, was wird dann dagegen getan, wenn man diese Überfrequenz hat? Wenn man was abschaltet, dauert das ja wahrscheinlich eine ganze Weile, bis diese Trägheit weg ist. Also gibt es da einen riesigen Verbraucher, wird irgendwo eine riesige Lampe angemacht? Also ich kenne Stadtwerke, die einen Wasserkocher in der Größenordnung einen Megawatt bauen, um damit am Stromhandel teilzunehmen. Strom ist gerade, also ich kriege jetzt gerade Geld, wenn ich Strom abnehme, also schalte ich hier meinen Wasserkocher ein. Ja, aber im Endeffekt, was man halt traditionell machen würde, ist, man würde die Kraftwerksleistung von einem Kraftwerkspark halt einfach reduzieren. Das passiert auch direkt in den Kraftwerken selber in der Primärregelung. Also im Endeffekt, die Frequenz regelt das. Okay, danke. Zur 50,2 Herzproblematik, das ist, soweit ich weiß, schon umgesetzt. Ab einer gewissen Leistung mussten ja die Wechselrichter alle umgerichtet werden. Einspeisemanagement bei Windenergieanlagen wird auch gerade umgesetzt. Da gibt es ja dann auch die schönen linearen Kurven. Und Regelleistung bei Windenergieanlagen, habe ich jetzt vor ein paar Wochen auf der Seite von Amprion gelesen, wird auch umgesetzt. Also das kommt alles demnächst. Okay, das war die Frage? Ja, war nur noch eine kleine Ergänzung. Danke. Ist bekannt, ob es möglich ist, auch an den Schaltwerten die Phasen lustig zu permutieren? Was meinst du mit Phasen permutieren? Was meinst du mit lustig? Na ja, ich dachte daran, ob es möglich wäre, mit den vorhandenen Schaltern im Verbundnetz mal die Phasen falsch aufzuschalten. Ja, also ich will nicht ausschließen, dass man da mechanisch, was weiß ich, einen Schraubenschlüssel an die richtige Stelle schmeißen kann, der sich dann selbst verschweißt. Aber das wäre ein relativ kleiner und lokaler Effekt. Also da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass man in der Größenordnung irgendwas bewirkt. Einmal Internet, bitte. Ja, das Internet wird gerne wissen, ob du Daten zu den sogenannten Earth Hours hast. Also diese Dinge, wo sich dann Leute sagen, okay, zwischen heute, weiß ich nicht, sieben und acht schalten wir alles Licht aus. Daten habe ich, habt ihr auch, weil sie sind auf der Webseite verfügbar. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich habe mal geguckt, ob mein Event Detektor, den ich immer mal wieder drüber laufen lasse, bei der Earth Hour irgendwas komisches, große Frequenzsprünge oder so gesehen hat. Man hatte keinen Impact, wo ich jetzt irgendwas zu sagen könnte. Aber nehmt die Daten, guckt selber nach, vertraut mit mir. Bitte. In Österreich wird mit Benzin und Diesel im Jahr ungefähr 30 Prozent mehr Energie umgesetzt als über das Stromnetz. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass man versucht, in den nächsten einigen Jahren 20 Prozent oder mehr der Fahrzeuge von Verbrenner auf Elektro umzustellen, frage ich mich, was dann mit dem Stromnetz passiert. Hast du dazu irgendwelche Modelle oder Überlegungen? Oder auch, was dann passiert, wenn zum Beispiel so ein gesteuertes Fahrzeug in der Nacht plötzlich ferngesteuert auf Laden oder auf Entladen geschaltet wird? Also es gibt sehr viele Leute, die sich um genau das Thema Gedanke machen. Ich bin da nicht ganz tief drin. Aber im Endeffekt das Schöne an so einer Batterie ist, dass sie in relativ kurzer Zeit sehr viel Leistung abgebe oder aufnehmen kann. Das heißt, wenn es mir jetzt gelingen würde, elektromobile Fahrzeuge in großem Maßstab zu manipulieren, könnte ich genau solche Schwankungen natürlich auch verursachen. Also aus meiner Perspektive ist das jetzt kein Unterschied, ob ich Smart Meter angreife oder Elektroautos. Bitte hier rechts. Ich hätte eine Frage zu deiner IFG-Anfrage an die Bundesnetzagentur. Findet man den Schriftverkehr irgendwo und die Daten, die du da bereits bekommen hast? Die Daten habe ich noch nicht hochgeladen, werden aber auf meinen GitHub-Ding, was auch auf der Webseite verlinkt ist, werde ich die hinstellen. Der Schriftverkehr, ich würde mal sagen, der ist noch nicht beendet. Ist aber auf fragdenstaat.de dokumentiert. Ich verlinke das dann noch. Im Moment ist es, glaube ich, noch nicht. Aber guck in zwei, drei Tage und dann wird es dort sein. Super, danke. Hier bitte. Du hast gesagt, fünf Tage bis zum Bürgerkrieg. Wie viel Kerzen, Ravioli und Mate hast denn du so gebunkert? Gar nichts. Kerzen, Ravioli und sowas funktioniert natürlich auch nicht. Also es wäre nicht genug, weil meine Heizung würde nicht funktionieren. Wenn ich keinen Sprit mehr im Tank hätte, könnte ich nicht tanken. Ich könnte auch nicht zum Geldautomaten gehen. Auf der Bankfiliale würde man mir auch nichts mehr geben, weil wenn der Computer nicht funktioniert, wie will man das dann verbuche? Also ja, meine Katastrophenvorsorge ist mangelhaft. Vielleicht bei dem einen oder anderen hier auch. Einmal das Internet, solange es es noch gibt. Ja, das Internet würde gerne wissen, wie gut sich diese Netzspannungsschwankungen, wie gut die sich als Fingerprint eignen und ob man das anhand von diesem Brummen im Audio zum Beispiel rausfinden könnte. Wann war das denn? Okay, es gibt jetzt zwei verschiedene Dinge, die ich im Kopf habe. Das eine wäre halt, okay, kann ich anhand von Audio-Brummen feststelle, wann genau war das, indem ich das Netzbrummen im Hintergrund rausfilter und versuche zu matchen. Das erscheint mir prinzipiell möglich. Allerdings braucht man dann halt relativ hoch aufgelöste Messdaten. Das andere, was immer mal wieder durch die Medien geistert, ist, dass man anhand von dem Hell-Dunkel-Muster bei Fernsehaufnahme, in der Leistungsaufnahme sagen kann, wann genau dieses Ding angeguckt wurde oder was da läuft. Das habe ich mal versucht, mir anzugucken. Ich kann es so nicht nachvollziehen. Hier, bitte. Ich würde gerne wissen, wie die Synchronisierung der Generatoren funktioniert zwischen den verschiedenen Kraftwerken. Sorry, du musst mich bremsen. Das ist ganz spannend. Auf der linken Seite siehst du im Prinzip so ein kleines Schaltbild von einem Stromnetz und oben diese runden Dinger sind Generatoren. Und im Endeffekt kannst du dir das vorstellen, dass die über diese Leitung L1 miteinander gekoppelt sind, in diesem Beispiel, und ich habe da jetzt meinen Netz-Sinus, der auf der Leitung schwingt, und im Endeffekt synchronisieren sich diese beiden Generatoren halt auf diesen Netz-Sinus. Wenn sie das nicht wären, gäbe es halt mechanisch sehr große Kräfte, die rückwirken. Also ich habe diese elektrische Kraft, die im Generator in eine mechanische Kraft verwandelt wird. Und wenn der eine sich jetzt schneller dreht wie der andere, dann zieht der eine den anderen. Deswegen hier auf der rechten Seite nochmal dieses Sinnbild mit zwei Lokomotiven, die über eine Feder miteinander gekoppelt sind. Im Endeffekt so ähnlich kann man sich das vorstellen. Gibt es da einen separaten Takt noch dazu? Nein, es ist einfach nur die Netzfrequenz, sonst gibt es da nichts. Das war kompakt. Bitte. Also nochmal meine zweite Frage von vorhin. Angenommen, man hat aktuell ein nicht im Betrieb sich befindendes Stromnetz, wie lange braucht man, um das wieder hochzufahren? Gute Frage. Für Europa weiß da, glaube ich, keiner. Also diese Schwarzstart-Szenarien, man kann, also man hat eine spezielle Sequenz, wie man versucht, so ein Netz wieder aufzubauen. Das funktioniert meistens über Pumpspeicherkraftwerke, die dann zunächst mal eine Frequenz vorgeben und dann synchronisiert man halt so Stück für Stück seine Erzeugerlandschaft dazu. Genau über dieses Prinzip. Ob das wirklich funktioniert, wie das funktioniert, wie sich Elektroautos in dem Kontext verhalten, keine Ahnung. Okay, wir müssen ein bisschen Gas geben, dann kriegen wir noch ein paar Fragen hin. Bitte rechts außen. Als Analogie zu den Netztopologien, auf der einen Seite haben wir also hierarchisch geroutete Netze, auf der anderen Seite vermischte Netze. Hast du auch gesagt, du setzt auf eine Dezentralisierung in der Zukunft. Jetzt vor dem Hintergrund, dass wir zunehmend meteorologische, dass wir meteorologische Extreme-Ereignisse haben, wie meinst du, sich zwischen Grönland und Island zusammenbrauen. Wird das Argument der Dezentralisierung bei den Planern ernst genommen oder wählen die sich wie üblich? Also meine Erfahrung ist, dass die Elektrizitätswirtschaft sehr träge auf Input von außen reagiert, egal aus welcher Richtung und mit welcher Begründung das kommt. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, ja, genau aus dieser Systematik oder genau bei diesem Vorschlag sind sie besonders träge. Ich empfinde das als eher eine Bestandssicherung und ein Bewahren des Etablierten als ein, oh, wir haben hier ein Problem, wir versuchen jetzt darauf zu reagieren. Okay, hier bitte. Also zu der Geschichte mit dem Handel, das sind ja prinzipiell Sachen, die von den Netzbetreibern ausgeht. Da könnte man theoretisch ja schon vorher regeln, weil man weiß ja im Vorhinein, dass da was kommt. Gibt es dazu Systeme und wäre das finanziell machbar? Also es hat sich schon sehr viel getan mit diesen Handelseffekten. Die waren vor ein paar Jahren wesentlich größer. Es gibt da eine Arbeit von Professor Well Fonda in Stuttgart, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wird was getan, aber großes Missverständnis, die Netzbetreiber sind nicht diejenigen, die handeln. Die betreiben wirklich nur das Netz. Derjenige, der handelt, ist einmal der Kraftwerksbetreiber mit deinem Stromanbieter. Und die machen das unter sich aus. Das heißt, derjenige, der das Netz betreibt, hat da überhaupt keinen Einfluss, darf er auch nicht nehmen. Drittes Energierahmenpaket der EU, da ist im Prinzip die komplette Segmentierung oder Abgrenzung dieser Marktrollen vorgesehen. Also es gibt da keinen Austausch. Okay, wir schaffen noch ganz schnell zwei Fragen. Danach möchte ich euch bitten, unseren großartigen Vortragenden hier irgendwo aufzulauern. Ja, kurze Frage, wenn jemand bei diesem Projekt mitmachen will, wo findet man Infos und was kostet das ungefähr? Sehr gerne. Geht auf die Webseite. Ich habe einen Reiter gemacht, das Projekt. Da steht unten eine Liste, wo ich Hilfe gebrauchen könnte. Im Moment kostet das Messgerät dadurch, dass es ein Raspberry Pi ist und Gelumpe relativ viel. Ich glaube aber, dass man das wesentlich billiger machen könnte. Das ist einfach, ja, im Moment tut es und ich stecke es halt mal zusammen. Ich könnte Leute gebrauchen, die Datenanalyse machen, die wirklich Ahnung von der ganzen elektrischen Materie haben. Da kann ich auch bestimmt noch eine Menge lernen. Ich freue mich über Leute, die Messstationen betreibe. Ich freue mich über Leute, die Hard- und Software dafür tun. Steht aber auf der Webseite. Liegt auch alles auf GitHub. Jetzt deine rechte letzten Fragen. Daran anschließend, wenn man ein ausreichend dichtes Sensornetzwerk hat, könnte man die Leitungslänge, wie vorhin besprochen, ausmessen, wie bei der Blitzauto. Ich habe keine Ahnung, ob das elektrisch wirklich möglich ist im Detail, aber ich finde den Gedanke extrem spannend. Den hatte ich auch spontan, als das aufkam. Ja, lass es uns versuchen. Vielen Dank. Danke, Matthias.